Die Maschinen haben jetzt den Torf übernommen. Mit riesigen Löffeln greifen diese Bagger den Torf ans Tageslicht und verladen diesen auf diese Lohren. Wie Sie hier sehen, sechs bis acht dieser Lohren werden gefüllt und das reicht für die Moorbäder Bad Schusselried und Bad Buchau für einen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Arbeitskraft von vielen Maschinen wurde jetzt in den letzten Jahren im staatlichen Torfwerk reduziert. Nur noch diese Feldbahn arbeitet zur Bergung und zur Förderung des Moores. Die Feldbahn bringt den Moor zur Verladerampe. Musik 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 Dieser Moorsee legt eigentlich ab, dass auch hier einmal große Mengen Moor abgebaut wurden, dass auch hier einmal große Mengen Moor abgebaut wurden. Mit einer Seilwinde werden diese Lohren hochgezogen auf die Laderampe. Und die Lastwagen von den verschiedenen Moorbädern holen hier die heilbringende Erde zu den einzelnen Bädern. Musik 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 Hier kommt eben ein Lkw und bringt das braune Gold zum Moorheilbad Bad Buchau. Musik 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 Musik